Wir waren in der Vorpremiere. Ach so einer bist du also. Vorpremieren, Freund. Das war Patrizias Idee. Ach komm, erzähl doch nicht. Ach klar. Berg, Tirana. Aus. Also was schnelles? Ich spiele so wie letztens auch. Ich auch. Aber das ist die gleiche Map. Ich versuche. Mit zwei. Barrens. Den Druck zu machen. Geht's schon immer Tirana oder? Ich spiele eigentlich immer Klaus. Ach so, okay. Aber jetzt möchtest du nicht so gut spielen, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen. Weil's da sonst keinen Spaß macht. Im Multiplayer gegen ähm. Spiele oder mit Team-Spielen. Ist Terran meistens Sinn. Aber man da schneller. Beziehungsweise am Anfang besser verteidigen kann. Mit einfach nur Pew-Marines. Ja okay, das stimmt. Wieso hängen die alle an derselben Stelle, Alter? What the fuck? Gleiche Internetleitung. Sind alle in einem Raum. Gleiche einen PC. Schön zufrieden PC. Dann will ich es dir nehmen. Privatladen. Oh, der eine hat einen Balken leer. Der Host. Was ist der für ein Name? Ach, die Karte ist aber gut. Geht so. Die dritte ist immer scheiße zu nehmen. Ja. Die ersten Male sind... Ja, für Zerg scheiße, ja. Aber ja, guck mal. Ihr beide könnt euch da hier vorne doch direkt die... Ja, dann haben wir aber erst zwei Bases. Ich brauch drei. Ja, aber überleg mal ich. Ich muss erst mal hier um die ganze Insel laufen. Ja, aber du machst einfach einen Planetary-Inch da und dann ist cool. Ja, guck, du bist... Perk ist immer. Junge... Aber kann auch vielleicht da... Ne, an mir liegt es nicht, ne? Weil wenn man das erste Spiel immer macht, so... Ne, wir sind ja schon fertig. Ja. Laut meinem... Ja, normalerweise braucht das beim ersten Spiel auch immer am nächsten. Naja, wahrscheinlich auch bei denen. Ja, aber bei denen ist schon extrem. Ah, jetzt geht's. Ja, das ist schon extrem. Ja, das ist schon extrem. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Die brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Also was ich bei Zerglin logisch finde... Wenn die Larven geschlüpft sind, dann taucht dieser Müll in den Creep ein. Dann müsste er eigentlich liegen bleiben. Welcher Müll? Ja, die Schale, Mann. Achso. Nee, der wird dann abgearbeitet vom Schleim. Wiederverwertet. Ach stimmt, ist doch logisch. Wir brauchen mehr Mineralien. An dir, wie spielst du eigentlich? Du machst wieder auch Kona, oder was? Nein, nein, nein. 14, 14. 14, also 14 Pool, 14 Gas? Ja. 14 Gas, 14 Pool. Achso, 14 Pool, 14 Gas? Nein, 14 Gas, 14 Pool. Ja, 14 Gas, 14 Pool. Ja, jetzt sagst du's doch gut. Ja, ich spiel das mal um. Ich spiele mal 14 Pool, 14 Gas. Dann hast du genau 100 Gas, wenn dein Pool fertig wird. Dann kannst du direkt Speedlinge machen. Wann haust du deinen Overload raus dann? 15. Ja, okay, dann bin ich schon mal... Dann hab ich wohl selber für mich schon mal rausgefunden, dass 15 die beste Zahl ist. Okay, hier ist ein Grotos. Okay, da ist auch eine Echse schon mal. Jo, 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 jo. Wie heißen die nochmal, die das versungen haben? Also, was für eine Werbung war das? Irgendein Baumarkt oder sowas? Ich weiß nicht mehr. Naja, das war nicht Baumarkt. Ne? Ich weiß nicht. Ne? Oder ist dieses Namens? ich weiß nicht, wenn ich den Film aufikkelen werde. Die Verbündeten befinden sich im Kampf. Jawohl, weil alles geslautert hat hier. Metamorphose abgeschlossen. Gleich auf, Dieter. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ah, die Länge. Oh, da sind noch viele, ruhig. Was ist das? Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Okay, der Rose. Nee, warte mal. Achso, meiner. Der Oberleute. Oh, der haut die Roche raus. Vorsicht, der Marines. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Oh, fuck. Das war es nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, du kannst dich wirklich nicht wollen. Oh, das ist das? Oh, ja. Oh, ich weiß nicht. Oh, das ist ein schwerer Selbst. Oh, eins. Oh, das ist ein schwerer Ereignis. Oh, das ist ein schwerer Ereignis. Der war's gerade da Ja, ich glaube nicht Lampo Ja Alles machen meine Exkabel Da hast du... Da sind so viele... Nein, wie lange brauche ich meine Drohnen? äh ich meine auch Zeuglinge unsere Streitkräfte werden angegriffen Nein Die Basis unserer Verbündeten ist rot. Na, ist glaub ich schon kaputt. Ja, wir sind zum Tümer. Ja. Ja, haben sie uns überhandt. Jo. Digi. Kommen wir da noch nicht nach. Hm, keine Exxon jetzt. So gut.